moin moin leute und herzlich willkommen zurück zu muggins souls beim letzten mal haben wir so fern ich mich recht im sinne die kontinente zusammengeschoben und wollen jetzt auf den neuen teil du bist war ich dann glaube ich noch nicht wochen ich spielen ist nicht gut zumindest nicht für mich ja nie das sieht ganz ganz neu aus neue verteidigungsausrüstung die ich mir auch bis jetzt noch nie gekauft habe ok master 1 ja sagen mit dem angriffskram kann ich am wenigsten anfangen aber egal habt ihr wunderbar funktioniert haben wir jetzt neue ja tatsächlich werde bengen besuche aber da keine ahnung soll diese was im alten da kommt man dran kenne ich dich schon ich glaube nicht ich kenne ich nur anders du erinnerst mich irgendwie auch an ein pokémon hawksbill seaturtle klar sehe ich ich wusste natürlich was es ist ist ja ganz klar wer ist du beruji da ist bestimmt ein witz hinter den ich nicht verstehe ich bin mir ganz sicher dass da einer hinter ist nicht klappt war klar genau das war ich liebe sie hast du gut gemacht oh neun prozent okay manch einer ist noch nicht mal auf acht und das ist schon auf neun wenn du das item stammt das vergiss ich klasse kann und das alte wie gesagt sonst wird es bist du was nein du bist nur deko wo man bestimmt auch nicht dran vorbeikommt kurz was wegen den level gucken die ok war nicht ausblicken ich glaube ich werde noch mal eine session eingehen ich auch nicht bei uns draußen jetzt auch ich weiß nicht ob die muss gerade erreicht sind zumindest kommt es mir so vor schlagartig ist es arschkalt geworden meine hände komme ich drauf klein sind wie sau obwohl ich auch glaube dass feier wird nichts für mich gewesen wäre ich dann gehöre ich doch lieber zu den menschen dies kälter haben vorst nie bei kälte kann man finde ich leichter was gegen machen dass man dann zu warm ist das glaube ich dann würde moonward sein eigentlich ganz in ordnung was von der temperaturen und zwar die die charaktere auch nichts dazu gesagt haben bei deinem aus wird auch kein wunder ich würde jetzt generell sagen sie negieren sich oder es explodiert das ist eine random question ich habe nie gedacht darauf gedacht genau es ist so eine obvious question you don't even ask es könnte einfach resultieren in ein new type of magie kann wir diskutieren später vielleicht in front of a crackling fire adornen in warm silken robes expect to act on an idea soon as you have it mhm ich bin jetzt schon verwundert dass es noch nicht explodiert ist aber ok ich würde aber auch gerne was sehen wenn ich meinen weißen bildschirm haben das kann ich nicht sagen mit vielleicht daran dass ich nichts sehe aber ok so was ganz neues Das stimmt. Ja. Du musst ja üben, sonst wird man nicht besser. Irgendwann kriegt sie's bestimmt unter Kontrolle. Diese Frau hat auch ihre eigenen Quirken. Okay, es war auf jeden Fall. Genug. Ich habe etwas gefunden. Ich habe etwas gefunden. Ja, Silver Lantern ist egal. Green Lantern kommt bestimmt auch noch. So. Dich mache ich auch platt. Demon Bell. Warst du nicht vorher Magician? Na egal. Ja. Gut, dass ich deinen Namen nicht aussprechen kann. Das lasse ich lieber, bevor ich mich blömiere. Reflection Ball. Jo. Jo. Ich fand's cool. Ich fand das Fliech voll genial. Haben wir noch Items? Wir nennen das ein Exit. Aber ohne Ereignis. Okay. Hm. Ganz ruhig, Kleines. Mal gucken. Hm. Wie sieht's aus wie... Ich sah das Kleine an. Egal. Ist das platt? Ja. Krieg ich auch platt. Alles, was in der Reichweite von dem Ball ist, wird platt gemacht. Ach so. Ja. Okay. Knochen. Jo. Wird schon, ne? In the middle of the slope. Okay. Star Object. Hier waren doch schon ein paar Stärchen. Ist du schon wieder da? Ach, bei dir war ich auch. Ja. Mhm. Das Grafstar. War das denn ein Zeppelin? Oder... War das nur so aus wie einer? Ne, was nur... Was bist du? Heißt du vorlang? Schade. Zeppelin-Idee fand ich viel besser. Keine Ahnung, ich fand er jetzt... Weiß es im Kindergarten war? Weiß ich noch, da sind ab und an wirklich nochmal in Zeppelin geflogen. Aber man hat wirklich ganz selten nochmals gesehen. Ich fand die Dinger so toll als Kind. Ich weiß bis heute nicht warum, aber ich war von ihnen sehr fasziniert. Nummer 4. Quiet Girls. Also... Taurus. Jo. Wie irritierend. Du Scheiße. Ich hasse das. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ja, meine Prozente sind schön hoch. Monster Respawn. Wow. Madame, wir sind unter Attack! Ja, das stimmt wohl. Da greifen wir gar nicht mehr egal. Das einzige was hier nervig jetzt dran ist, dass es mir viel, viel zu viel Zeit verbraucht. Was denn mit so... Ach so, egal. So lange er angreifen kann, ist mir eigentlich echt egal. Mir wird schon Treppen. Ja, genau, ich kalt es runter. Mein Gott. Es reicht. Das ist die Hauptsache. So. Ja. Wirklich mal. Gut, dass ich reagieren konnte. Es regnet draußen. Wunderbar. Kommst du nicht ran? Gar nicht? Doch kommst du wunderbar. Kann doch... Ich versuche nicht zu empfehlen! Frau Shushu, hast du mich gesehen? Okay, wir finden Speicherkristalle und ein sternartiges Objekt. Nein, greif mich nicht an, was du? Wo bin ich hier eigentlich? Okay, ich geh trotzdem mal erst dahin. Lass nämlich so ein Speicherkristall. Ich denke mal, dass da auch dann das Item gemeint ist. Oh nein. Ja, greift es erst, dann ist mir egal. Wenn ihr denn eingreifen würdet. Ja... Ogres Smash Wind? War so ähnlich? Oh, sie treffen mich, das ist ja toll. So. Ne? Das war's mit dir. Ich hoffe auch mit dir. Ja, trotz der Linkattacke müsste es ändern. Jo. Und weg. Phe. Oh, Items. Die ich verkaufen werde. Weil ich sie nicht brauche. Aber Items. Und das ist mein Handy. Wenn man es hört. Ich kann mir mal schlecht einschätzen, ob man es jetzt im Endeffekt hört oder nicht. das Geld haben. Ich hab eine E-Mail bekommen. Toll. Weißt du, welche Zahl? 10. Rosary Beats. Ha! Keine Ahnung. Ja. Ich denke, man wird es über März. Ich weiß nicht, ob die 3.000 gut waren. Ich geb dir 4.000. Ich geh einfach in den Gen 4, dann krieg ich schon genug Geld. So. Das ist da. Das ist da. Das ist da. Speichere ich schnell. Einen für den unteren. Soweit sollte ich inzwischen hoch... Na klar, hab ich es mit hochgeladen. Hab ja Kapitel 5 ja gerade dabei. Ich glaub sogar der erste richtige Part von Kapitel 5. So. Steinchen. Nö. Nö. Hab ich gesagt. Ich laufe in die richtige Richtung, oder? Ja. Doch, klar. Wird schon. Ha. Counterattack. Wunderbar. Dieses Viech macht mich so fertig. Auf ganz merkwürdige Art und Weise. Oh, dann kommst du da ran. Ja, mach dir mal mit. Und du flashst den wahrsten Sinne des Wortes weg. Was? Das ist überlebt. Das bin ich enttäuscht. Vor allem von dir, Soul. Also, ne. Leute, was ist los? Es soll treffen. Ja, und dann macht sie erstmal richtig damage. Voll übertrieben. Aber egal. Speicherkristall. Nö. Alter. Da geht's weiter. Oh. Ja. Dem einmal schnell. Was nur 90? Egal. Beim nächsten Mal gehen wir in dieses Gespräch, in diesen Kampf. Wer weiß. Wer weiß. Ist das? Ist das da quasi Eingang zum Dorf, ne? Egal. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass euch der Part gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und dann tschül. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. DBEAIL THE